Im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz macht Dorothea Kobals eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Ich bin von Geburt an hochgradig sehbehindert, habe jetzt einen Sehrest von ca. 10 bis 15 Prozent. Ist natürlich nicht immer so einfach, gerade da Autofahren nicht geht. Aber im öffentlichen Personennahverkehr klappt das alles ganz gut, gerade hier in Dresden in der großen Landeshauptstadt. Und bin jetzt seit 2012 auch hier im Sozialministerium Auszubildende, habe mich super eingelebt und es klappt alles wunderbar. Technische Hilfsmittel wie eine Bildschirmvergrößerung oder diese Leselupe erleichtern Dorothea Kobals das Arbeitsleben. Doch ansonsten gilt... Bei mir läuft alles wie bei allen anderen normalen Azubis auch. Das Einzige, was ist, dass ich bei Prüfungen oder Tests und Arbeiten in der Schule einen Nachteilsausgleich habe. Das heißt, ich bekomme mehr Zeit, gut geschrieben, als die anderen für die Aufgaben. Personalleiterin Sabine Christochowitz ermutigt Menschen mit Behinderung, sich um Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu bewerben. Das kommt darauf an, dass der Bewerber sich gut präsentiert, dass er Erfahrungen hat, dass er uns weiterhelfen kann, dass er engagiert ist und motiviert. Und wenn er dann ein Handicap haben sollte, dann versuchen wir mit dem Handicap entsprechend umzugehen, nach Lösungen zu suchen. Das gelingt uns eigentlich auch sehr gut. Wir beschäftigen relativ viele Mitarbeiter, die ein Handicap haben. Im Sozialministerium sind es etwa knapp 15 Prozent. Und wir sind froh, dass wir qualifizierte Mitarbeiter haben, egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Wir brauchen die Fachkräfte für Sachsen und im Moment kriegen wir sie auch noch. Das soll möglichst lange so bleiben. Der moderne Staat braucht junge Talente. Eine körperliche Einschränkung ist kein Hinderungsgrund für die gemeinsame, erfolgreiche Arbeit. Im Ministerium oder anderswo. Im Ministerium oder anderswo.